Ich bin Meilin Stangenberg und bin Volontärin beim Aufbau Verlag. Und ich lese aus der Büchnerpreisrede von 1980. Der Zustand der Welt ist verkehrt, sagen wir probeweise und merken, es stimmt. Den Satz könnten wir vertreten, schön ist das Wort nicht, bloß richtig, und so ist es eine Erholung für unser vom Geschrei der großen Worte zerrissenes Gehör. Eine kleine Entlastung auch für unser von zu vielen falschen, falsch gebrauchten Wörtern gestörtes Gewissen. Könnte es vielleicht ein erstes Wort einer anderen, zutreffenden Sprache sein, die wir im Ohr noch nicht auf der Zunge haben? Vielleicht könnte sich aus ihm, ohne dass wir einen Augenblick vergessen dürften, das Benennen nicht zurechtrücken, wiedergutmachen oder verändern ist, eine Kette anderer, ebenfalls zutreffender Wörter entwickeln, die nicht nur ein Negativ des Alten, sondern ein anderes, zeitgemäßes Wertgefühl ausdrücken sollten, damit man einander doch wieder etwas sagen und erzählen könnte, ohne sich schämen zu müssen? Die nach dieser Sprache fahnden wollen, müssten aber wohl ein beinahe vollkommenes Schwinden ihres Selbstgefühls, ihres Selbstbewusstseins ertragen können, weil ja all die Muster, in denen zu reden, zu erzählen, zu denken und zu dichten, wie gewöhnt sind, nicht mehr verfügbar wären, sie würden wohl erfahren, was es wirklich heißt, die Fassung verlieren. Wir sind die Ersten nicht, an den Bruchstellen zwischen den Zeiten wird gebrochen, der Mut, das Rückgrat, die Hoffnung, die Unmittelbarkeit, vieles, was zum Sprechenkönnen nötig ist, in die Hohlräume springt die Angst. Vorläufer in der Dichtung sind fast immer auch Vorempfinder einer Angst, die später über viele kommt. Tanze, Rosetta, tanze, dass die Zeit mit dem Takt deiner niedlichen Füße geht. Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. Ein Rhythmus, der in den Schlaf, in die Träume hineinklopft, der einen festnageln kann, besessen machen. Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. Tanze, Rosetta. Rosetta tanzt, singt, ach lieber Gram, geh davon, da Leons nun einmal nicht sie nur die Leiche ihrer Liebe lieben kann. Tränen, Rosetta, wohl Diamanten, sie schneiden mir in die Augen. Leons allein, ein sonderbares Ding um die Liebe, ich, verkündet derweil sein Bruder Danton auf der Nebenbühne. Ich werde mich in die Zitadelle der Vernunft zurückziehen. Ich werde mit der Kanone der Wahrheit hervorbrechen und meine Feinde zermalmen. Wo bleiben Rosetta, Marie, Marion, Lena, Julie, Lucille außerhalb der Zitadelle, selbstverständlich. Ungeschützt im Vorfeld, kein Denkgebäude nimmt sie auf. Man macht sie glauben, anders als auf diese Art verschanzt, könne kein Mensch vernünftig denken. Dazu geht die Ausbildung, aber auch die rechte Lust ihnen ab. Von unten, von außen blicken sie auf die angestrengte Geistestätigkeit des Mannes, die je länger, je mehr darauf gerichtet ist, seine Festung, Durchmessung, Berechnung, ausgeklültete Zahlen und Plansysteme abzusichern, die sich in der eisigsten Abstraktion wohlfühlt und deren letzte Wahrheit die Formel wird. Wie könnte Rosetta arg wöhnen, dass es Berührungsangst ist, wenn er sich der Fülle der Wirklichkeit entzieht, dass seine Gebrechlichkeit und die Furcht ihrer gewahr zu werden ihn in seinen wahnwitzigen System hineintreibt, dass er seiner Ganzheit durch erbarmungslose Arbeitsteilung beraubt, ein Verwundeter, Zerrissener, sich in die halsbrecherischsten Geschwindigkeiten hineinhetzt, um nur jene Höllenfahrt der Selbsterkenntnis nicht antreten zu müssen, ohne die es doch nach Kant keine Vernunft gibt. Und dass, wer sich selbst nicht kennt, kein Weib erkennen kann. So trennen sich ihre Wege. Rosetta schweigt, liebt, leidet, wird als Marie umgebracht, folgt als Julie dem Manne in den Tod, treibt in den Wahnsinn als Lucille, opfert sich, klagt, da heißt sie Lena. Bin ich denn wie die arme, hilflose Quelle, die jedes Bild, das sich über sie bückt, in ihrem stillen Grund abspiegeln muss? Die eine, Marion, das Freudenmädchen, hat der eigenen Natur gehorcht. So weit treibt Büchner seinen Realismus. Man hat ihn nicht lesen können, hat nicht wissen wollen, dass der Fortschritt, den man gerade in größerem Stil anwarf, das Zeug zum neuen Mythos in sich hatte, dass er einem Lust nicht aber Liebe machen konnte und dass seine stärkste Schubkraft die Angst vor der eigenen inneren Leere würde. Büchner hat so früh und, ich glaube, mit Grauen gesehen, dass die Lust, die das neue Zeitalter an sich selbst fand, an ihrer Wurzel mit Zerstörungslust verquickt war. Doch die voll ausgebildete Fratze, jenes Paradoxon, das Schöpfung an Vernichtung koppelt, hat er nicht erblickt. Ein Wort wie Megatote nicht gekannt. Die Liebe zum Tod hat er seinen Figuren eingegeben, dass man aber eine perfekte, wenn auch mörderische technische Lösung süß nennen, dass man auf Raketenrümpfe Frauennamen schreiben würde, das wäre auch ihm nicht in den Sinn gekommen. Was sein Léonce, dem sein Spiegelkabinett zu eng wird, alles anstellen würde, bloß um nicht ohne Spiegel zu sein, hat Büchner nicht ahnen können. Denn eine Todesangst befällt sie. Léonce und seine mächtigeren, betriebsamen Nachfahren, sobald kein Spiegel, die Augen, der Körper einer Frau, ein Theater, ein Konzern, eine machtvolle Organisation, ein Staatswesen, der Erdball, der Kosmos, ihnen ihr übergroßes Abbild zurückwirft. Oh, wer sich einmal auf dem Kopf sehen könnte! Wenn einer, muss Büchner das Verlangen gekannt haben, das Unmögliche zu leisten, den blinden Fleck dieser Kultur sichtbar werden zu lassen. Er umkreist ihn mit seinen Figuren, die er bis an die Grenzen des Sagbaren treibt. Einmal versucht er es mit dem Schrei, als Lucille über dem Tod Kamils den Verstand verliert. Aber das hilft nichts, es ist noch alles wie sonst. Eine Dramaturgie des Schreis ist ein Unding für das Theater, der mehr oder weniger lösbaren Widersprüche. Was dem Dasein entsprechen würde, ist nicht auf die Bühne zu bringen. Auch darauf musste Büchner stoßen. So schafft er in seiner Dramaturgie das Als-ob, die er locker mit der alten Dramenstruktur verknüpft, dass die Leute sich gerade noch einbilden können, sie verstünden, was sie sehen. Den Raum für jene Sätze, die tonlos, einen Atemzug vor dem Schrei zu sprechen sind. Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. Es ist aus der Erzählung Unter den Linden. Ich bin Tinker Wolf, das habe ich, glaube ich, am Anfang noch nicht gesagt. Meine Lieblingsstelle aus Unter den Linden. Ach, mein Lieber, sagte ich, ich kann die Liebe nicht vertragen. Nicht auf ein neues Jahrhundert, nicht auf das nächste Jahr. Vertagen, entschuldige, Quatsch. Nicht vertragen, sondern vertagen. Ich kann die Liebe nicht vertagen. Nicht auf ein neues Jahrhundert, nicht auf das nächste Jahr, um keinen einzigen Tag. Dies wenigstens im Traum gesagt zu haben, tat mir wohl. Auf Antwort hatte ich nicht zu rechnen. Ich gab mir Weisung, Gruß und abschiedslos auf- und davonzugehen. Durch Erfahrung weiß ich, der, den ich zu treffen wünsche, wird niemals da sitzen, wo ich hinsehe, doch noch einmal schlug eine irrsinnige Hoffnung in mir hoch. In der Tür wendete ich mich um, was aus guten Gründen von Alters her verboten ist. Sein Platz war leer. Unsere Zeit war abgelaufen. In meiner bitteren Schande trat ich auf die Straße. Ich spottete ihrer, schnurgerade Straße höhnte ich, Straße ans Herz der Dinge, Zufallstraße beschimpfte ich sie, Zeitungsstraße. sauber und ordentlich lag sie mir zu Füßen. Ein Stein neben dem anderen, gute Arbeit. Was hatte ich mir von ihr versprochen? Eine Ablenkung zwischen zwei Arbeiten? Ein neues Kleid? Einen nebensächlichen Dialog in einem Café? Das alles hatte sie mir korrekt gegeben. Anders als vorher bediene ich mich jetzt der nützlichen Erfindung des Spazierengehens. Die volle Stunde spült die Welle der Büroarbeiter aus den Verwaltungshäusern. Wohin fürchten sie nur, zu spät zu kommen? Welcher Zug wird ihnen abfahren? Welcher Happen für immer weggeschnappt werden? Oder haben auch sie, die ihr Leben zu Millionen unter Wert verkaufen, die geheime Sehnsucht nach dem wirklichen Fleisch bewahrt, nach dem saftigen, roten Fleisch? Ich gehe und mein schönes Leben rollt sich hinter mir ab, wie ein helles Band. Der, den ich niemals mehr nennen werde, hat Recht behalten. Alles ist schon gelebt. Vielleicht sogar vor Zeiten, vor mir selbst. Was zu empfinden war, ist empfunden. Was zu machen war, ist gemacht. Ich lass mich treiben. Da kam mir ein einzelner Mensch entgegen, eine junge Frau. Nie hat der Anblick eines fremden Menschen mir einen solchen Stich versetzt. Sie trug ein Kostüm aus dem Stoff, den ich lange schon suchte und einen leuchtenden Pullover, dessen Farbe als Widerschein auf ihrem Gesicht lag. Sie ging schnell und locker, wie ich immer gehen wollte und sah aus, sah uns alle aufmerksam und doch vorurteilsfrei an. Ihr halblanges, dunkles Haar wehte der Wind zurück und sie lachte, wie ich von ganzem Herzen zu lachen wünschte. Sofort, als sie an mir vorbei war, verlor sie sich in der Menge. Ehe ich sie sah, kann ich nicht gewusst haben, was Neid ist. Nie vorher hat eine Begegnung mich so getroffen. Diese Frau würde niemals vom Glück verlassen sein. Alles, was anderen misslang, würde ihr glücken. Nie, nie konnte sie Gefahr laufen, sich zu verfehlen. Kein Zeichen an ihrer Stirn deutete auf unlösbare Verstrickungen hin. Ihr war es gegeben, unter den Verheißungen und Verlockungen des Lebens frei zu wählen, was ihr zukam. Vor Neid und Kummer begann ich unter all den Leuten heftig zu weinen. Und davon erwachte ich. Mein Gesicht war nass. Ich konnte mir nicht erklären, warum ich so heiter war. Mit wahrer Gier rief ich mir immer wieder und wieder jene Frau vor Augen. Ihr Gesicht, ihren Gang, ihre Gestalt. Und auf einmal sah ich, das war ja ich. Ich war es gewesen. Niemand anders als ich selbst, der ich begegnet war. Nun klärte sich mit einem Schlag alles auf. Ich sollte mich wiederfinden. Das war der Sinn der Bestellung. Zelle für Zelle füllte sich mein Körper mit der neuen Freude. Eine Menge von Gefangenschaften fiel für immer von mir ab. Kein Unglück hatte ein für alle Mal sein Siegel auf meine Stirn gedrückt. Wie hatte ich so verblendet sein können? Mit einem falschen Spruch, mich einem falschen Spruch zu unterwerfen. Viel später erst heute kam mir der Gedanke, in gewohnter Weise über mein Erlebnis Rechenschaft zu geben. Denn höher als alles schätzen wir die Lust, gekannt zu sein. Ich Glückliche. Wusste gleich, wem ich es erzählen könnte. Kam zu dir. Sah, dass du hören wolltest. Und begann. Unter den Linden bin ich immer gern gegangen. Am liebsten, du weißt es, allein. Jetzt hat es mich doch übermannt. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.